hallo liebe umfielern zweimal hier draußen ich hoffe es geht euch gut ja die karte war ja fast zwei wochen weg und stark abgekommen also abgemagert und da ging es ja nicht so gut und jetzt sind wir hier in reha und vier meter klappen schon wieder ganz gut das waren jetzt nur zwei aber das wird schon wieder alles